Ich habe seit neuestem einen Greenscreen. Der ist allerdings nicht nur so klein, sondern so groß. Und wie ich den gebaut habe, das seht ihr jetzt. Tag 1 vom Umbau. Wir haben folgenden Plan. Hinter mir an die Wand kommt der Greenscreen. Das ist der Greenscreen. Der muss noch in der Mitte durchgeschnitten werden. Der ist nämlich zu lang. Also der muss quasi nebeneinander gemacht werden. Hier haben wir diese Stange, wo der Greenscreen drauf kommt. Und dann wird das Teil an die Wand gewungst. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. I won't look back when you're gone. Don't hesitate to call me back. Cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't look back when you're gone. Don't hesitate to call me back. 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 Oh, 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 oh Und voila, ein 3 Meter breiter Greenscreen, den ich ab sofort benutzen werde. Ihr habt den schon im letzten Video im Frag Schneeby gesehen, beziehungsweise ihr habt den nicht gesehen, ich habe ihn ausgeschnitten. Aber ich habe den da schon benutzt, ich habe halt nur ihr zuerst das Video gemacht. Das war es soweit von mir, mein Name ist Sebastian, hier könnt ihr abonnieren und hier seht ihr ein anderes Video von mir. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ciao. 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 Ciao.